Elektrofahren und die Angst der Reichweite. Das ist eigentlich unbegründet, weil bei einem Elektroauto hat man die Tankstelle zu Hause und man fährt immer vollgetankt weg. Das heißt bei einem Mustang Mach-E bis zu 610 km Reichweite. Sollt es mal weitergehen, ist das auch kein Problem, weil nämlich das moderne Navigationssystem von dem Fahrzeug automatisch für den Fahrer die Ladepunkte ermittelt, damit er sicher und schnell ans Zug kommt. Eigentlich ist es so wie mit dem Handy, wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich auch Ladekabel mit und genauso ist es auch bei einem Elektroauto. Ja, und ich fahre schon mit dem Auto, Mustang Mach-E fahren ist ein richtiger Spaß.